Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Sind wir gerade dabei, auf dem Bitcoin-Monatschart eine Gravestone-Candle, also Grabstein-Kerze, zu kreieren? Welchen Einfluss könnte diese Candle auf den weiteren Bitcoin-Preisverlauf haben? All das und mehr besprechen wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir das heutige Video beginnen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir momentan auf Bybit hier ein Event haben. Du kannst hier zusätzlich bis zu 500 Dollar an Bonus bekommen, abhängig von deiner Einzahlung an Bitcoin auf Bybit. Aber selbst wenn du nur dich über meinen Link anmeldest und keine Einzahlung an Bitcoin vornimmst, erhältst du hier einen 20-Dollar-Coupon zusätzlich. Das bedeutet also, du kannst insgesamt über meinen Link auf Bybit bis zu 620 Dollar sparen. Einmal die 100 Dollar über die Rewards-Hub, die stehen dir immer zur Verfügung. Dann abhängig von deiner Einzahlung an Bitcoin bis zu 500 Dollar, aber auch unabhängig von deiner Einzahlung an Bitcoin, die können auf jeden Fall hier nochmal 20 Dollar. Wenn du also auf Bybit noch nicht registriert bist, aber vorhast zu traden, kann ich dir also empfehlen, jetzt die vier Zeiten anzumelden, denn dieses Event läuft nur bis zum 4. Februar. Zusätzlich kannst du also auf meinen Kanal gehen und ich kann dir empfehlen, dir einmal mein Bybit-Tutorial hier anzuschauen. Der erkläre ich dir ganz genau, wie die Plattform funktioniert, wie du Long und Short auf Bitcoin oder beispielsweise auch Ethereum gehen kannst und wie du auch deine Position managst und wie du auch deinen Reward hier, also deinen Zusatz mit dem Code Jackpot in Anspruch nimmst. All das erklärst du hier in diesem Video und jetzt beginnen wir mit dem heutigen Video. Wir befinden uns auf dem Bitcoin-US-Dollar-Wochenchart und in meinem letzten Video, das war hier dieses Video, da haben wir den aktuellen Bitcoin-Chart von dem 4-Stunden-Chart bis zu dem Monatschart genau analysiert und ich habe euch genau gesagt, worauf ihr achten sollt und worauf der entscheidende Faktor ist, ob wir in der mittelfristigen Frist, also in den nächsten Tagen bis Wochen, eher wieder eine Bewegung Richtung Oldham High sehen oder eine weitere Seitwärtsphase mit Korrektur in Richtung der 27.000 bis 24.000 Dollar. Und als wir hier auf dem Monatschart waren, habe ich euch gefragt, ob ihr Interesse an einem Video habt, wo ich euch hier diese Candles euch genauer erkläre. In den Kommentaren haben einige danach gefragt, ob ich ein gesondertes Video zu dieser Thematik aufnehmen kann und deswegen machen wir heute das Video. Und jetzt kehren wir auch gleich hier auf eine sehr interessante Seite, die heißt Investopedia. Hier kann man allgemein verschiedene Fachbegriffe und auch verschiedene Indikatoren rund um Trading und in langfristigen Investitionen nachschauen. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr Englisch könnt, die englische Seite aufzurufen, da die deutlich informativer als die deutsche Seite ist, meiner Meinung nach. Und hier sehen wir jetzt auch schon gleich die drei verschiedenen Haupt-Candle-Typen, zwischen denen wir entscheiden. Wir haben hier einmal die Cravestone-Doji. Diese Candle zeichnen sich dadurch aus, dass wir einen sehr, sehr kleinen Candle-Körper haben und einen sehr langen Docht nach oben. Diese Candle, wenn ihr die seht, ist es eine sehr bärische Candle und die deutet darauf, dass wir danach meistens eine sehr starke langfristige Korrektur sehen. Das genaue Gegenteil von der Cravestone-Doji ist die Dragonfly-Doji. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass wir einen sehr kleinen Candle-Körper haben und einen sehr langen Docht nach unten. Wenn ihr diese Candle seht, beispielsweise auf dem Wochen-Chart oder auch auf dem Monats-Chart, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir danach in den nächsten Wochen eine bullische Bewegung sehen. Und genau zwischen diesen beiden Dojis liegt die Long-Leg-Doji. Ihr seht, wir haben hier einen sehr kleinen Candle-Körper in der Mitte und einen gleich langen Docht nach oben und nach unten. Und das drückt eigentlich schon bildlich aus, wofür diese Candle steht. Das bedeutet, dass hier einmal die Bullen und die Bären gleich stark sind. Und deswegen ist es auch üblich, dass wir nach dieser Kerze eher eine Seitwärtsphase sehen, in der sich dann entscheidet, ob die Bullen, die Überhand gewinnen, wir eine Aufwärtsbewegung sehen, oder ob die Bären, die Überhand gewinnen, wir eine Abwärtsbewegung sehen. Allerdings kann diese Candle auch am Ende beispielsweise einer Aufwärtsbewegung stehen und dann anzeigen, dass wir quasi den Trend wechseln in einen Abwärtstrend. Diese Kerze ist also etwas tricky, aber jetzt gehen wir einmal hier in den Bitcoin-Wochen-Chart und ich zeige euch ein paar Beispiele jeweils aus der Praxis zu diesen Kerzen. Was ich noch sagen möchte, wenn ihr euch hier genauer für diese Kerzen interessiert, könnt ihr euch hier diese Seite auf Investopedia auf jeden Fall anschauen. Hier werden auch nochmal gesondert ausführlich die Gravestone, Long Leged und Dragonfly-Fly-Doji erklärt. Jetzt schauen wir uns einmal den Bitcoin-Wochen-Chart an. Okay, wir befinden uns auf dem Bitcoin-Wochen-Chart und jetzt zeige ich euch verschiedene Beispiele zu einmal der Gravestone-Candle und der Long Leged-Doji-Candle. Und Marktteilnehmer von euch, die schon länger bei dem Bitcoin dabei sind, erinnern sich bestimmt auch hier an diese Rallye aus 2019. Wir sind von 3.300 Dollar nach diesem einjährigen Bärenmarkt. Hier haben wir den Boden geformt und hatten diese schöne Aufwärtsbewegung bis auf 13.890, also rund 14.000 Dollar. Und für viele kam damals hier diese Abwärtsbewegung etwas überraschend, aber wenn man die Candle genauer analysiert hat oder sich allgemein mit der Candle-Analyse auskennt, war diese Abwärtsbewegung hundertprozentig voraussehbar. Und das einzig allein durch diese Candle, denn wir sehen hier wirklich eine Bilderbuch-Gravestone-Candle. Wir haben hier diesen ganz kleinen Körper und diesen ganz langen Docht nach oben. Die bedeutet also, wir hatten hier vorerst ganz, 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 ganz viele Käufer, die den Markt, die die Kerze hier von 10.700 Dollar auf knapp 14.000 Dollar hochgepumpt haben und dann kamen die Bären rein, während einen extremen Verkaufsdruck. Dadurch ist dieser lange Candle dort entstanden und dann, als diese Kerze hier geschlossen wurde, war ganz klar, das ist eine Cravestone-Dochi. Und wir sehen, die hat dazu geführt, dass diese sehr lange Aufwärtsbewegung in eine rapide Abwärtsbewegung gewechselt ist. Wir sehen also, diese Cravestone-Dochi ist typisch dafür, anzuzeigen, dass eine extreme bullische Aufwärtsbewegung geendet ist und wir wechseln dann typischerweise nach dieser Candle in eine starke Abwärtsbewegung. Also habt ihr hier schon mal ein exemplarisches Beispiel, wie aus dem Bilderbuch, für eine Cravestone-Dochi und ihr seht, die ist meistens am Ende einer Aufwärtsbewegung. Wir haben hier ein Blow-off-Top, eine Kapitulation und dann wechseln wir hier in einen rapiden Abwärtstrend und was auch noch sehr üblich ist, nach so einer Cravestone-Dochi sehen wir meistens hier nochmal einen Deadcat-Bounce, das heißt, mit einer weiteren Kerze versuchen wir nochmal zu unserem Top zu gelangen, bilden nochmal hier diesen schönen langen Docht, das heißt, hier sind die Beeren also auch nochmal ordentlich in Überhand, verkaufen hier schön alles ab und dann geht es rapide runter. Das ist die Cravestone-Dochi. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel ein kleines Beispiel für eine Long-Leg-Dochi. Ihr seht, wir hatten hier unsere erste schöne Aufwärtsbewegung, dann haben wir hier diese Long-Leg-Dochi. Das bedeutet, hier sind die Beeren gleich stark wie die Bullen, deswegen haben wir hier einmal diesen Docht nach oben und nach unten und diesen kleinen Candle-Körper in der Mitte und was danach üblicherweise ist, ist, dass wir eine Seitwärtsphase sehen. In dieser ergibt sich dann, ob die Bullen oder die Beeren die Überhand gewinnen. Wie ihr jetzt hier seht, wenn ich das einmal hier zur Seite schiebe, wir haben hier nochmal versucht runter zu kommen, haben dann, wir sind wieder ein bisschen hoch gekommen, hier wollten wir jetzt nochmal ein bisschen hoch, sind auch nochmal mit der Kerze ein bisschen runter zu kommen. Also du siehst, wir hatten hier wirklich einen Kampf in dieser kleinen Seitwärtsphase zwischen den Beeren und den Bullen und dann haben wir die Bullen die Überhand gewonnen und wir haben hier schön eine Aufwärtsbewegung gesehen. Das ist einmal, wie es nach einer Long-Leg-Dochi weitergehen kann, was auch ein typisches Beispiel ist, ist hier diese Long-Leg-Dochi. Du siehst, wir hatten hier nochmal eine Aufwärtsbewegung von knapp 6.000 Dollar hoch auf über 10.000 Dollar und hier sehen wir dann auch diese Long-Leg-Dochi und das hat hier eine Trendwende eingeführt, denn du siehst, wir hatten danach einen rapiden Ausverkauf. Und da siehst du auch mit dieser kleinen Kerze noch dazwischen, hier haben wir nochmal kurz die Bullen versucht, die Überhand zu gewinnen, weil der Docht hier nach unten war schon länger, das heißt, der Verkaufszug war größer, das begründet dann auch hier diese Abwärtsbewegung. Du siehst also, die Long-Leg-Dochi kann einerseits von einer Aufwärtsbewegung in eine Seitwärtsphase übergehen, in der sich dann entscheidet, ob die Bullen oder die Bären die Überhand gewinnen. Wenn die Bullen in diesem Fall die Überhand gewinnen, was sie auch getan haben, kann sich der Aufwärtstrend fortsetzen, aber wir können das auch am Ende einer Aufwärtsbewegung, diese Long-Leg-Dochi sehen und dann in einen starken Abwärtstrend wechseln. Je nachdem, ob eben die Bären oder die Bullen die Überhand gewinnen. Und wenn wir jetzt kurz einmal auf den Ethereum-US-Dollar-Shart wechseln, hier haben wir beispielsweise auch in jüngster Vergangenheit ein sehr gutes Beispiel, schon öfters gesehen, für eine Threat-and-Fly-Dochi und das hast du einmal hier gesehen. Wir hatten hier diesen kleinen Candle-Körper und die sind sehr lange doch nach unten. Das bedeutet also, hier hatten wir sehr, sehr viele Bullen, die bereit waren, hier diesen Preis aufzukaufen und was dann üblicherweise nach dieser Dragonfly-Dochi folgt, ist eine schöne, große, grüne Kerze und da siehst du auch hier, wir haben jetzt hier, wenn wir einmal hier messen, schon eine Aufwärtsbewegung von knapp 16% gesehen und wenn wir auch von dem Docht hier unten messen, waren das hier schon knapp 60%. Also üblich nach so einer Dragonfly-Dochi ist es, dass wir eine starke Aufwärtsbewegung sehen und das haben wir auch jetzt hier bei Ethereum gesehen, wo wir beispielsweise auch schon mal hier bei Ethereum eine schöne Dragonfly-Dochi gesehen haben, das war hier diese Kerze, hier siehst du auch, wir hatten hier einen ganz kleinen Candle-Körper und einen langen Docht nach unten, dieser wurde komplett aufgekauft und danach haben wir hier diese schöne, explosive Aufwärtsbewegung gesehen. Du siehst also hier, diese Candle-Dragonfly-Dochi sind sehr bullische Candles und wenn du die so in einem Aufwärtstrend dazwischen siehst, sind die meistens ein Zeichen dafür, dass sich der bullische Trend sehr stark weiter fortsetzt, wie wir es hier auch perfekt gesehen haben. Okay, du kennst jetzt also die drei Hauptverschiedenen Dochi-Typen, auf die wir achten. Die Cravestone-Dochi, die eine sehr bierische Dochi ist und dafür spricht, dass wir nach solch einer Dochi eine starke Abwärtsbewegung sehen. Das genaue Gegenteil, die Dragonfly-Dochi, die eine sehr bullische Dochi ist und dafür spricht, dass wir nach solch einer Kerze eine sehr schöne Aufwärtsbewegung sehen. Und dann die Longleg-Dochi, die sowohl bierig als auch bullig sein kann, je nachdem, ob eben die Bullen oder die Bären der meisten in der Seitwärtsphase nach dieser Candle die Oberhand gewinnen. Und wenn wir uns jetzt einmal den Bitcoin-Monatschart anschauen, da wirst du jetzt leider etwas sehr Unschönes feststellen, wenn ich hier einmal ranzoome. Denn was uns hier leider auffällt, wenn wir uns hier mal die Dochte anschauen, wir hatten hier diese schöne Aufwärtsbewegung von knapp 1.000 Dollar auf 20.000 Dollar. Und da hatten wir hier diese Monatskerze mit diesem extrem langen Docht. Und was auf diese Kerze gefolgt ist, wenn ich das hier einmal zeige, ist, dass wir eine weitere Kerze hatten, die hier nochmal versuchte, mit dem Docht auf das Orterm High zu kommen. Also so eine Art Dead Cat Bounce, wie wir sie beispielsweise auch hier auf dem Wochenchart gesehen haben. Hier diese rote Kerze. Da haben wir auch nochmal versucht, hier auf das Orterm High zu kommen und sind dann kapituliert. Und genauso war es hier auch auf dem Monatschart. Mit dieser roten Kerze wollten wir noch auf das Orterm High. Hat nicht geklappt. Und hier sind wir dann kapituliert. Wenn du beispielsweise auch hier guckst, 2019, hier hatten wir auch solch eine lange Docht nach oben. Darauf, oh, das ist etwas schlecht eingeschreitert. Einen Moment. Da hatten wir hier auch hier diese lange Kerze und daraufhin eine Kapitulierung. Und sind hier korrigiert nochmal bis auf 6.400 Dollar. Und wie du jetzt aktuell in der Gegenwart siehst, haben wir leider hier auch einen sehr, sehr langen Docht bei dieser Monatskerze. Und wenn wir uns jetzt hier einmal diese Kerzen anschauen, 2017, 2019 und 2021, sieht das sehr ähnlich aus. Und man könnte jetzt damit rechnen, dass wenn wir diese Kerze so schließen, hier auch eine starke Abwärtsbewegung sehen werden. Und ich muss sagen, diese Kerze beunruhigt mich auch etwas. Aber ich kann dich beruhigen. Diese Kerze läuft noch bis zum 1. Februar. Und wir haben hier noch die Chance, etwas nach oben zu pumpen und diese hier vielleicht bei 35.000, 36.000 zu schließen. Dann siehst du, ist dieser Docht gar nicht mehr so lange. Und dann ist es auch beim besten Willen keine Gravestone-Doji mehr. Hier ist es auch immer noch keine Gravestone-Doji wie aus dem Bilderbuch. Denn dazu ist hier dieser Körper etwas zu groß. Allerdings sehen wir hier schon Ähnlichkeiten zu der Doji 2019 und 2017. Und es spricht schon einiges dazu. Sollten wir diese Kerte so schließen, dass wir hier auf dem Monatschart nochmal eine Korrektur sehen könnten. Allerdings müssen wir auch sagen, in dem Aufwärtsrends hier 2017 hatten wir hier auch einmal eine rote Candle. Also es wäre gar nicht so Außergewöhnliches. Und dass wir trotz einer Korrektur hier auf dem Monatschart immer noch in diesem bullischen Trend bleiben könnten. Dazu sehen wir auch einige Anzeichen auf dem Wochenchart. Und wir schauen uns noch an, was das Smart Money macht. Wir befinden uns auf dem Bitcoin US-Dollar-Wochenchart. Und wenn du mein Video von gestern gesehen hast, kommt dir hier dieser Chart sehr bekannt vor, denn wir haben hier auch den RSI besprochen. Falls du also mein Video von gestern noch nicht gesehen hast, solltest du es dir unbedingt anschauen. Ich werde es dir hier oben rechts noch einmal in der Infokarte einblenden. Auf jeden Fall haben wir gestern besprochen, dass uns aufgefallen ist, immer wenn wir hier diese rote Linie bei 90 erreicht hatten, hatten wir daraufhin eine Korrektur zwischen diese zwei blauen Bänder, zwischen ca. 50 und 60 auf dem RSI. Und uns ist auch aufgefallen, dass wir hier in einem extrem überkauften Bereich waren, auch deutlich über 90, dass wir hier höchstwahrscheinlich auch zurück korrigieren müssen in diesem Bereich ungefähr bei 50 bis 60. Du siehst also, hier auf dem RSI haben wir auch noch deutlich Platz, wo wir nach unten korrigieren könnten, wie in dem Bull waren 2017 und wir wären immer noch in einem starken Bull-Trend. Also du siehst also, wir haben hier schon mal nach unten Platz. Und wenn wir jetzt einmal die EMA Ribbon aktivieren, wird dir hier auch etwas auffallen. Du siehst, mit jeder dieser Korrekturen, wo wir über 90 waren, sind wir hier immer ganz genau auf das EMA Ribbon und hatten dann eine erneute Aufwärtsbewegung. Das siehst du hier, die gesamte Aufwärtsbewegung entlang. Wir haben hier immer das EMA Ribbon angetestet, hatten dann hier eine schöne, weitere starke Aufwärtsbewegung und wir sind erst in einen Bärenmarkt gewechselt, als wir hier dieses EMA Ribbon unter dieses EMA Ribbon gefallen sind und das EMA Ribbon nicht mehr als Support, sondern als Resistance gedient hat. Du siehst also, während der Aufwärtsbewegung testen wir das EMA Ribbon immer hier schön von oben an und bouncen und in einem Bärenmarkt testen wir es von unten an und erleben dieses EMA Ribbon nicht als Support, sondern als Resistance. Und wenn wir jetzt einmal uns diesen Wochenstart bei unserer jetzigen Aufwärtsbewegung anschauen, siehst du, das EMA Ribbon liegt hier gerade mal bei knapp 22.000 Dollar. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt hier nochmal deutlich nach unten korrigieren sollten auf dieses EMA Ribbon und dann eine Aufwärtsbewegung sehen, werden wir immer noch komplett intakt. Wenn wir hier einmal abmessen, bedeutet das also, wir könnten hier noch, einen Moment, ich mache das hier nochmal kurz weg, wir könnten hier noch circa 30% nach unten korrigieren, dann werden wir hier auf dem EMA Ribbon, wie wir es hier auch etnische Male 2017 sahen und werden dann wahrscheinlich auch auf dem EMA hier eher auf dem unteren Band und es wäre immer noch alles intakt. Das bedeutet also, wenn wir jetzt nochmal einmal auf dem Monatschart weg sind und wir sollten jetzt wirklich hier diese eher bierische Candle schließen am 1. Februar und hier dann tendenziell eine Abwärtsbewegung sehen, siehst du also auf dem Wochenchart, dass wir noch deutlich Platz nach unten zum Korrigieren haben und wir werden immer noch in einem Bull-Trend. Das bedeutet also, ich möchte hier ganz klar sagen, ich bin auf keinen Fall der Meinung, dass wir hier das Ende unseres Bull-Wands sehen. Ich bin mir deutlich, ich bin mir sicher, dass wir Ende des Jahres 2021 deutlich höhere Preise sehen können als wir sie bisher jetzt gesehen haben. Du musst dir einfach auch veranschaulichen, wir hatten hier eine Aufwärtsbewegung von 1000% und das in weniger als 12 Monaten. Hier war März und unser Hoch haben wir hier im Januar bereits erreicht. Das waren also knapp 10 Monate. Wir haben hier 1000% hingelegt. Das heißt also, selbst wenn wir hier zurückkorrigieren sollten auf 22.000 Dollar, werden wir hier immer noch 462, knapp 500% oben und hätten hier immer noch einen extremen Bull-Wand gehabt und hätten dann auch das Potenzial uns hier nochmal eine schöne nächste Aufwärtsbewegung zu sehen und du siehst also, selbst wenn wir diese Monatskerze jetzt so schließen sollten und tendenziell eine Gravezone Doji erhalten, ist es immer noch nicht der Ende des Bull-Wands. Und jetzt müssen wir uns noch einmal kurz anschauen, was momentan das Smart Money macht, denn du weißt, wir versuchen immer so zu handeln wie das Smart Money und dann schauen wir noch einmal ganz kurz auf den Bitcoin 4 Stunden statt. Und das Interessante ist, wie ihr schon wisst, das Smart Money ist momentan am Akkumulieren. Wir haben hier gesehen, Wale haben hier bei 40.000 und 35.000 noch extrem Bitcoin nachgekauft und wir sehen ein All-Time-High an Wallets, die 1000 oder mehr Bitcoin halten und gleichzeitig sehen wir aber auch das kleinere Wallet, also das die Weekend und das Dump Money verkaufen und das Smart Money kauft es auf. So haben wir beispielsweise auch gesehen, als Gravescale nochmal hier seine Pforten geöffnet hat, wo er am einen Tag das 18-fache an Bitcoin aufgekauft, als überhaupt gemeint wird. Es waren hier 600 Millionen an einem einzigen Tag, die von Kunden über Gravescale akkumuliert wurden. Was auch interessant ist, einmal die Bitcoin Supply anschauen auf Glacenote, seht ihr, wir haben hier einmal diese blaue, diesen blauen Balken, den orangenen Balken und den schwarzen Balken. Ich zeige es euch hier nochmal auf einem anderen Schaubild, hier sehen wir es besser. Wir haben hier diesen blauen Balken, orange und schwarz. Alle, hier die blaue Grafik zeigt uns, die Anzahl an Bitcoin, das sind momentan 14,5 Millionen, die sind illiquide. Das bedeutet, die liegen irgendwo auf einem Wallet oder auf einem Cold Storage und wurden schon seit längerem Zeitraum nicht mehr bewegt. Das bedeutet also, ein Großteil aller Bitcoins liegen auf Wallets oder auf Cold Storage und werden nicht bewegt, das heißt, die stehen nicht zur Verfügung zum Kaufen oder Verkaufen. Die sind also für den Markt nicht verfügbar und das bedeutet also, es gibt sehr große Bitcoin-Player, Rails, die also Bitcoin horten und das kann nur einen Grund haben, sie wollen sie erst in ein paar Jahren verkaufen, weil sie davon ausgehen, dass der Bitcoin-Preis noch enorm steigen wird. Wenn wir dann anschauen, hier diese Orangenen, die sind liquide, das sind gerade mal nur 1,2 Millionen Bitcoin und das heißt, die werden also im Tages- oder Wochentakt gehandelt und dann die Hochliquiden, das sind gerade mal nur 3 Millionen Bitcoin, das ist hier dieser rote Anteil, das sind die, die täglich zum Kaufen und Verkaufen zur Verfügung stehen. Du siehst also, nur ein minimaler Bruchteil der gesamten Bitcoin im Umlauf sind überhaupt dafür da momentan als Angebot zum Verkaufen oder Kaufen und das bedeutet also, dass wir hier sehr große Bitcoin-Rates haben, die ihre Bitcoin gar nicht dem Markt zur Verfügung stellen, sondern sie akkumulieren, da sie in der Zukunft von höheren Preisen ausgehen. Wenn wir uns dann beispielsweise auch hier noch anschauen, gerade als wir diesen Dip bei ca. 32.000 Dollar haben, haben auch Rates wie beispielsweise MicroStrategy nochmal mit 10 Millionen nachgekauft. Du siehst also hier insgesamt, das Smart Money ist am akkumulieren, wir haben ein All-Time-High an Wallets mit 1000 oder mehr Bitcoin, wir sehen, dass auch große Institutionen und reiche Einzelpersonen über Grayscale enorme Nachfrage an Bitcoin haben, hier das 18-fache an einem Tag, was gemeint wird, aufgekauft haben und wir sehen auch hier, die meisten Bitcoin sind illiquide, heißt also, sind gar nicht auf dem Markt verfügbar und das spricht für sich, also dass große Rates deutlich höhere Preise in der Zukunft erwarten und das passt genau zu dem Schaubild, wie ich es hier schon wirklich öfters erklärt habe und das musst du wirklich verstehen, wir sehen, das Smart Money kauft hier unten und verkauft hier oben und seine Profite realisiert, das Stump Money allerdings kauft hier oben, bekommt dann bei einer Korrektur, wie wir sie jetzt sehen, Angst und verkauft billig, hier unten deckt sich das Smart Money nochmal ein, wie wir es gerade sehen, dann kommt die nächste Aufwärtswelle, hier oben kauft ihr das Stump Money und das Stump Money verkauft hier, das heißt also, wie ich es euch gesagt habe, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier oben auf 42.000 Dollar waren, habe ich euch gesagt, Achtung, pass auf, der Crypto 4 and Queed Index war auf 95 und die Bitcoin Suchbegriffe waren auch Richtung All Time High und ich habe euch gesagt, Achtung, das Stump Money kommt momentan in den Markt, wir sehen zeitnah eine große Korrektur sehen und genau das haben wir gesehen und jetzt stellt ihr euch mal vor, wir korrigieren nochmal runter auf 22.000 Dollar und das Stump Money hat hier oben bei 42.000 gekauft und wir korrigieren nochmal hier runter auf 22.000, dann wird hier genau dieses Schaubild nochmal wahr werden, das Stump Money kauft hier oben, wir sehen eine Korrektur auf 22.000, das Stump Money bekommt Angst, verkauft wieder, was macht das Smart Money, kauft hier unten, realisiert seine Profite, lacht sich kaputt, kauft dem Dump Money billig seine Bitcoin ab und dann pumpen wir auf ein neues All Time High und das Dump Money steigt immer zu spät ein, kauft teuer, verkauft billig, das Smart Money kauft billig, verkauft teuer. Das bedeutet also, wenn wir uns das anschauen, sollten wir wirklich eine Korrektur auf 22.000 sehen, ist der Bull war nicht zu Ende, sondern dann ist meiner Meinung nach der perfekte Zeitpunkt gekommen, um langfristig Bitcoins günstig zu akkumulieren, aber das ist nur meine Strategie, wie gesagt, ich bin kein Finanzberater, ich erzähle euch nur das, was ich mache und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz den Bitcoin 4 Stunden Chart an. Wir befinden uns auf dem Bitcoin US oder 4 Stunden Chart und du siehst, die Situation hat sich ja seit meinem gestrigen Bitcoin Video nicht geändert. Wir haben hier immer noch diese zwei Szenarien, auf die wir achten müssen, die hier mittelfristig den nächsten Bitcoin Verlauf bestimmen werden. Wir haben einmal das bullische Szenario, wir schaffen es über das EMA Rippen und über diesen Abwärtstrend, bestätigen ihn, dann können wir hier eine schöne nächste Aufwärtswelle sehen oder wir werden weiterhin, wie hier auch in der Vergangenheit schon, von dem EMA Rippen immer wieder runtergedrückt, wechseln hier weiter in diese Seitwärtsphase, schaffen es nicht, das EMA Rippen hinter uns zu lassen und uns darüber zu etablieren, sondern testen hier noch einmal diese obere Linie dieser Abwärtstrendlinie an und brechen dann unter die 30.000, bestätigen sie hier als die Resistance und sehen dann eine Abwärtsbewegung. und wenn du wissen möchtest, wie ich hier diese Bewegung in beiden Fällen traden werde und wie ich hier auch investieren werde, dann schau dir auf jeden Fall das gestrige Video an, das haben wir hier bis ins letzte Detail besprochen. Bevor wir das heutige Video beenden, möchte ich dir noch mal kurz etwas zeigen. Wir haben gesehen, vor nicht allzu langer Zeit, am 16. Dezember, hat jetzt Scott Minard gesagt, Bitcoin sollte 400.000 wert sein, er hat es hier mit Gold verglichen, mit der Goldmarktkapitalisierung, hat gesagt, dass Bitcoin gewisse Vorteile gegenüber Gold und Edelmethan hat und ihr seht den Preis hier bei 400.000. Jetzt haben wir nur wenig später, Anfang Januar gesehen, dass der CEO von Guggenheim, der hier vorher gesagt hat, 400.000, gesagt hat, oh, die Bitcoin-Rally können vielleicht schon vorbei sein und wir gehen zurück auf 20.000. Hört sich ziemlich enttäuschend an. Aber denkt mal zurück, erinnert euch noch 2017, hier war JP Morgan, ja, Jamie Diamond, der CEO von JP Morgan und hat hier gesagt, oh, Bitcoin ist Betrug, Bitcoin ist schlimmer als die Tulpenblase, Bitcoin, lass eure Finger davon und was sagt denn heute, 2021, oh, Bitcoin sollte hier 146.000 Dollar wert sein und hier seht ihr, das was nach außen gesagt wird und das, was die großen Investoren wirklich machen, sind zwei Paar Schuhe und wenn ihr euch jetzt dieses Schaubild anschaut, könnt ihr euch entscheiden, möchtet ihr diejenigen sein, die jetzt hier teuer gekauft haben, billig verkaufen, die großen Institutionen gehen hin, kaufen hier billig eure Bitcoin ab, denn wir haben ja vorhin gesehen, dass sie großen Institutionen kaufen, über Grayscale beispielsweise oder seid ihr vielleicht bereit, aus diesem Fehler zu lernen, hier jetzt einmal diese tiefe Phase zu durchstehen und dann langfristig davon zu profitieren und wenn ihr noch einmal auf meinen Kanal hier gehen und dieses Video, da habe ich euch hier ein Video eingeblendet, wo ich ganz genau diese Systematik erklärt wird, im Vordergrund sagen hier Leute wie JP Morgan Bitcoin ist nicht gut und heute wissen wir, dass sie zu dem damaligen Zeitpunkt JP Morgan schon sich beteiligt hat an einer Tradingbörse, Trading-on-Bitcoin-Positionen eröffnet hat und heute sehen wir auch, reden sie hier von einem Kursziel von 146.000 Dollar. Das Prinzip muss man einfach verstehen, das habe ich hier in diesem Video damals vom 12.01. besprochen und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man langfristig orientiert Erfolg haben möchte beim Bitcoin-Trading oder auch allgemein beim Investieren. Das bedeutet also, hier auf dem 4-Stunden-Chart wird sich herausstellen, schaffen wir es hier aus dieser Seitwärtsphase bullisch auszubrechen und Richtung Eutern-High zu steigen oder werden wir hier bärisch ausbrechen. Wenn wir hier bärisch ausbrechen, werde ich auf jeden Fall nachkaufen, die Marken, wo ich nachkaufen werde, habe ich euch genau in dem gestrigen Video gezeigt und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Chart hier weiter zu beobachten, ob er sich entscheidet, vorerst diese bullische Valley fortzusetzen oder lieber erst korrigiert, bevor wir noch mal eine neue Aufwärtsbewegung sehen. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da lassen und wenn du meinen Kanal kostenlos unterstützen möchtest, kannst du mir jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, sodass du immer eine Benachrichtung bekommst, wenn ich ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.